Im heutigen Tag täglich habe ich überhaupt nicht viel Zeit, weil ich gerade erfahren habe, dass ein hiesiger Elektronik-Händler bereits so ein Spiel verkauft, das im Wilden Westen spielt. Das heißt, ich muss gleich weg. Für ein paar Themen Zeit ist aber noch und dann erfahrt ihr auch, warum es hier blinkt und hier sogar Musik rauskommt. Gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatec. Ich bin da mir täglich vom 25.10. Also wie gesagt, wie das immer so ist mit Videospielen, die eigentlich erst morgen erscheinen sollen, werden sie heute schon verkauft. Das ist mir zu Ohren gekommen, weswegen ich hier auf dem Sprung bin eigentlich. Man muss sie natürlich holen. Das beantwortet auch eine Frage, die in den Kommentaren gestellt wurde, ob wir gehypt sind von so einem Spiel. Ich schon. Der Rest nicht so, glaube ich, hier. Gut, wenn ihr euch wundert, warum hier so ganz leise Musik zu hören ist, jetzt gerade nicht, jetzt ist das Paul, doch jetzt wieder. Ja. Dann liegt das daran, dass dieser, wie heißt der Soundcore? Soundcore? Flare. Flare. Flare, so wie der Rapper. Nein. Ach so. Ach wie Flare. Ach so, Flare. So eine Flare. Ja, ich weiß. F-L-A-R-E. Eine Flare. Soundcore Flare Plus. Zudem kommen wir gleich. Stefan hat den getestet und der hat ein paar ganz coole Features. Unter anderem nicht das nervige Blinken, sondern ein ganz anderes Lichtfeature. Zeige ich euch aber gleich. Wir schauen erst mal ins Android-Ressort und da titeln wir wieder sehr trefflich Google knallhart. Und zwar hat Google gesagt, uns reicht das jetzt hier mit diesen zögerlichen Updates, die manche Hersteller, die auf Android setzen, rausbringen. Da müssen wir was machen. Und hat neue Regeln geschaffen. Die gelten ab dem 31. rückwirkend. 31. ist das ein Tippfehler? Hier steht, als Stichtag hat Google den 31. Juli 2018 angesetzt. Das ist ja schon vorbei. Kann mal jemand Kahn fragen, ob das so richtig ist? Es geht um Google knallhart. So soll das Update-Problem bei Android-Smartphones endlich gelöst werden. Egal, ab wann das jetzt gilt, kriegen wir gleich noch raus. Google sagt, das geht so nicht weiter, dass manche Hersteller einfach nie Sicherheits-Updates rausbringen oder viel zu langsam. Deswegen bestimmen wir jetzt einfach, wer Android nutzen will und wessen Geräte mehr als 100.000 Mal eingesetzt, aktiviert wurden. Der muss mindestens zwei Jahre lang regelmäßig Sicherheits-Updates verteilen. Wenn ich das jetzt hier richtig verstehe. Demnach müssen im ersten Jahr nach Veröffentlichung des Android-Gerätes mindestens vier Sicherheits-Updates verteilt werden. Heißt im Klartext, alle drei Monate muss der Hersteller des Android-Smartphones oder Tablets einen Patch ausrollen. Allgemein gilt, dass die Geräte am Ende eines Monats gegen die Bugs geschützt werden sollen, die 90 Tage zuvor identifiziert worden sind. Das ist im Detail, oh David guckt zu, toll. Das ist im Detail jetzt vielleicht etwas komplex formuliert, ist jetzt aber gut für uns. Das heißt nämlich, dass jeder, der ein Smartphone, das über 100.000 Mal weltweit aktiviert wurde, oder das ist ja fast jedes, einfach jetzt von Google das Recht bekommt, ein sicherheitsaktuelles Gerät zu haben. Ihr könnt euch das im Detail nochmal unter giga.de slash android durchlesen. Und wenn da nachher immer noch der 31. Juli 2018 steht, dann ist das offensichtlich rückwirkend gemeint. Genau, alle Geräte im nächsten Mal. Achso, okay. Sebastian, brauchst du nicht mehr fragen. Wir haben es schon geklärt. Alle Geräte, die nach dem 31. Juli 2018 veröffentlicht wurden, für die gilt das. Ja, genau. Also, giga.de slash android, da gibt es das. Dann hat Samsung gestern, nee, vor einigen Tagen, ein Design eines kommenden Galaxy A8s gezeigt, das bestimmen könnte, wie Samsung-Geräte zukünftig aussehen. Und die sehen geil aus. Die sind nämlich randlos, ohne Notch. Und die, weswegen die Notch eigentlich immer gebraucht wird, die Sensoren und die Frontkamera, die sitzen jetzt hinterm Display und könnten dann nur noch durch so kleine Löcher gucken. Die man idealerweise selber, wenn man auf das Display guckt, gar nicht so prägnant wahrnimmt, weil das eben sehr kleine Löcher sind. Wir haben ein Bild von dieser Präsentation und da sieht man, ahnt man auch so, wie dieses Gerät aussehen könnte. Und das sieht schon geil aus. Und wir hoffen natürlich auch, dass das dann ein Design ist, das schon beim Galaxy S10 zum Einsatz kommt, das wir ja Ende Februar, Anfang März 2019 erwarten. Ich muss gerade mal gucken, hier hat Thomas gesagt, ich sage nur Pixel. Achso, das beziehst du auf die Sicherheitsupdates vermutlich mal. Genau, dieses Bild gibt es im entsprechenden Artikel mit weiteren Details zu Samsungs neuer Design-Offensive unter giga.de slash android. So, und dann gibt es was. Wir titeln, endlich sind sie da. Ich weiß gar nicht, ob das so toll ist. In WhatsApp könnt ihr jetzt Sticker verschicken. Sticker sind diese extrem nervigen, großen Emojis, die es im Facebook-Messenger schon gibt. Ein Grund, warum ich den Facebook-Messenger meide, wo es geht. Und WhatsApp führt die jetzt auch ein. Das heißt, ihr könnt nicht mehr nur in einer Nachricht mit einem Smiley antworten, sondern ihr könnt einfach statt einer Nachricht einfach so ein großes Symbol. Oh, da gibt es verschiedene Themes mit so hier Kibaichi oder wie der Hund heißt. Shibaichi. Also Kiba, ich denke mal an Kiba. Also hier, Laura hat so einen Hund und den gibt es auch als Linie da drin. Da kann der Hund so verschiedene Sachen machen und da sind ja immer so Situationen oder so Gesten, die stehen dann für eine bestimmte Stimmung und damit kann man Nachrichten beantworten. Sollte ab sofort in den jeweils neuesten WhatsApp-Versionen für Android und iOS drin sein, kann auch nochmal sagen, für Android müsste das mindestens Version 2.18.329 für iOS 18.100 sein, wird aber intern in der App in Wellen ausgerollt. Das heißt, es kann sein, dass ihr schon die neueste Version der App habt, aber das Feature trotzdem noch nicht da ist. Wenn es da ist, würde es, wenn ihr bei einer Nachricht auf den Smiley-Button drückt, dann gibt es ja bislang Smiley und GIF und jetzt würde ein dritter Punkt da rechts neben auftauchen und das wäre eben Sticker. Der sieht auch aus wie so ein Aufkleber, also so ein Aufkleber, den man so abzieht. So ist das Symbol. Ihr könnt euch das und das, wie dieses Symbol aussieht und wie die Sticker aussehen, schon mal unter giga.de slash tech angucken. Jetzt steht hier noch, WhatsApp könnte auf lange Sicht gut Geld damit verdienen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das gemeint ist. Ich vermute mal, dass man, ja genau, es gibt kostenlose Sticker-Packs für Leute, die aber so richtig Fans sind von Stickern, die sagen, oh, ich brauche unbedingt noch dieses Sticker-Pack. Gibt es einen Link in dem Play Store und da kann man sich Sticker-Packs nachkaufen. Was ich mir jetzt frage ist, was nützt einem das, wenn man jetzt sich Sticker-Packs gekauft hat und schickt man das an Leute, Leute, die dieses Sticker-Pack nicht gekauft haben. Kriegen die das dann oder kriegen die, wie wenn so ein Emoji-Set nicht installiert ist, dann irgend so ein komischer, so ein Unicode? Keine Ahnung. Aber müsste eigentlich schon sein, wenn man die kauft, müsste es so sein, dass die automatisch auch an den Empfänger ausgegeben werden. Glaub ich. Ich könnte ja mal kommentieren, was ihr da für Erfahrungen vielleicht bei Facebook gemacht habt. Da kann man, glaube ich, auch Sticker-Packs kaufen. Oder? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall alles unter giga.de. Ich kriege gerade eine Nachricht auf Facebook, hier im Facebook Live von Husayfair, der schreibt, schaue euch zum ersten Mal bei Facebook zu. Amir, die Seiten sind gut geschnitten. Ja, danke. Ich war vorgestern beim Friseur, habe das hier extra nochmal für den Tag täglich nochmal nachschneiden lassen. Frisch. Den hat der Stefan getestet und er kommt zu einem überraschenden Fazit. Also zum einen ist das eine gute Boombox, eine gute Bluetooth-Boombox. Und zum anderen seht ihr unten dieses, so wie es jetzt eingestellt ist, etwas nervige Disco-Feature. So bewirbt Anker, das Ding ist von Anker, dieses Produkt auch so, hey, geil, Disco und so was. Aber, wir haben festgestellt, viel geiler ist eigentlich, wenn man hier oben auf diesen Licht-Button drückt und dann geht das in so einen, jetzt muss ich nochmal drücken, damit es wechselt, oder? Geht das in so einen, jetzt ist das so. Nee, ich glaube, man sieht es so. So, und jetzt geht es in so einen meditativen Licht-Modus über. Vorhin hat es auch gewechselt. Ich weiß nicht, warum es gerade, ah, jetzt wechselt es die Farben. Und das, da gibt es eine App zu, da kann man das alles einstellen. Und das ist eigentlich viel geiler, weil das Szenario, das Stefan, der sich sehnlichst einer Familie wünscht, ausmalt, ist nämlich, dass er dann, dass man mit Kindern sitzt, man so Licht aus und dann leuchtet das so schön wie Kerzen und dann hört man sich ein Hörbuch an. Tess Gerritzen oder so was. Ach, ihr habt das mit Kindern getestet? Wie doch, Stefan, wie habt ihr denn das mit Kindern getestet? Okay, also Stefan sagt, er hätte das mit Kindern getestet, das kam wahnsinnig gut an. Die sind alle in seinen Van gekommen, also, als er mit der Lampe geleuchtet hat. Nein, also tatsächlich, ich sehe, was Stefan meint, dieses Blinklicht ist etwas nervig. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man wirklich, vielleicht auch einfach so bei einem Entspannungsbad, jetzt im Herbst oder Winter, oder bei einem Date, stellt man sich so hin, dann kommt Musik und dann wird dieses Badezimmer oder die Date-Location quasi in so ein schönes, entspanntes Licht getaucht. Finde ich gut. Kostet, in der Version, die wir hier haben, mit großem Akku, kann man auch als Akku-Pack, also als Ladegerät quasi benutzen, hier mit so einer Schlaufe dran, 129 Euro gibt es auch noch in kleiner, also in technisch kleiner, für 79 Euro. Dann ist der Akku kleiner, die Soundqualität ist nicht ganz so dolle und das Schlimmste ist diese Lasche. Vielen Dank bei der 79 Euro Version. Ihr könnt den kompletten Testbericht und das Soundcore Flair Plus unter giga.de slash tech nachlesen. Stefan vergibt ordentliche 79 Punkte, wobei 50 Prozent der Gesamtnote der Klang ergibt. So, und die letzte Nachricht des heutigen Tages ist ein Gaming-Smartphone von Xiaomi. Und zwar ist es der Nachfolger eines Gaming-Smartphones, das Xiaomi schon mal hatte, und zwar das Black Shark. Das hat Xiaomi vor einem halben Jahr gezeigt und jetzt eben der Nachfolger, das Black Shark Helo. Und das Krasse an dem Black Shark Helo ist, wir haben auch Bilder im Artikel, sieht halt aus, wie man sich so ein Gaming-Smartphone vorstellt, also ein bisschen überfuturistisch designt mit so grünen LED hinten drauf. 10 Gigabyte RAM. 10 Gigabyte RAM hat das Smartphone. Das ist mehr, als die meisten Laptops haben, würde ich mal sagen. Und ansonsten, technische Daten ist ein bisschen über Full-HD, 6 Zoll AMOLED-Display, 20 Megapixel-Kamera auf der, nee, Dual-Kamera, sogar 20 und 12 Megapixel-Kamera. Fetter Akku, 4000 mAh, USB Type-C, Snapdragon 845. Und dann gibt es aber auch noch kleinere Varianten mit 6 und 8 Gigabyte RAM. Also das sieht ganz geil aus. Und was auch interessant ist, es gibt so Controller dazu. Bei den 8 und 6 Gigabyte Versionen gibt es einen Controller und bei der 10 Gigabyte Version gibt es zwei Controller, die man dann so rechts und links anschließen kann. Wie so eine Switch. Wie so eine Nintendo Switch ist das dann. Und das allerinteressanteste ist, abgesehen davon, dass es erstmal nur in China released wird, der Preis, umgerechnet, kostet selbst die 10 Gigabyte Version nur 530 Euro. Geil. In Deutschland wahrscheinlich teurer, wenn es dann kommt. Ihr könnt euch alles zum Xiaomi Black Shark Helo unter giga.de slash Android nochmal durchlesen. Und das waren die Tech-Themen des heutigen Tages. Ich höre gerade, auf Facebook hört man die Leute ohne Mikrofon. Die Kommentare geben besser als auf YouTube. Ach echt, ist das so? Das kann aber auch liegen. Ich stelle gerade fest, ich habe das Mikro hier gar nicht eingeschaltet. Ich schreibe jetzt mal das Mikro ein. Da muss ich einfach näher dran sitzen. Ja. Sebastian sitzt einfach näher dran. So, jetzt habe ich auch mal das Mikro eingeschaltet. Hallo, hallo, hallo. Mikro eingeschaltet. So, das waren wie gesagt die Tech-Themen des heutigen Tages. Und jetzt schauen wir noch in die Zuschauer-Kommentare. Da haben viele Leute meiner Mutter gratuliert. Das fand ich süß. Werde ich ja ausrichten auch. Also hier, Thorsten hat gratuliert und Kerrischik hat gratuliert und Dafta freut sich bestimmt. Ich habe ihr das auch gestern gezeigt. Ich hatte ja gesagt, sie guckt das eigentlich sonst nicht. Wobei sie dann meinte, ja, musst du mir mal einrichten auf meinem Tablet, dass ich das auch gucken kann. Hat sich auch gefreut. Fand das toll, dass ich sie gegrüßt habe. Wird sich bestimmt auch freuen, dass hier jetzt so viele Zuschauer ihr da alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben. Danke dafür. Dann habe ich mir ein Fauxpas geleistet. Und zwar habe ich Kommentator Psyana gestern aus Versehen als Frau bezeichnet. Weil ich aufgrund des Namens und dieses Avatar-Bilds mit dieser kleinen Katze einfach sexistisch, wie ich bin, davon ausgegangen bin, das ist eine Zuschauerin. Ist es nicht. Psyana schreibt, ich bin genauso männlich wie du, Amir. Na gut, also das. Also bitte betitel mich in Zukunft auch dementsprechend, wenn du einen meiner Kommentare vorliest. Danke für dein Verständnis. Nochmal. Entschuldigung, war wirklich nicht böse gemeint, Psyana. Ich merke mir das jetzt, dass du ein männlicher Zuschauer bist. So, und dann haben wir noch den Kommentar von Bierslay. Ich hatte gestern gesagt, dass ich Vorhabe bis Jahresende aus dieser Vase, aus der ich normalerweise trinke, die verschollen ist jetzt gerade leider, alle möglichen Flüssigkeiten zu trinken. Und Bierslay hat sehr richtig kommentiert, der hat übrigens auch meine Mutti gratuliert und kommentiert dann aber, wenn du alle möglichen Flüssigkeiten in der Tasche haben möchtest, vergiss das Liquid Retina nicht. Hahaha, das finde ich gut. Liquid Retina. Und dann schreibt er auch noch, gesendet von meinem iPhone. Gut, also selbstironisch, der Bierslayer. Und der letzte Kommentar des heutigen Tages, der kommt von Leonhard Euler. Und Leonhard fragt mich, hey Amir, wirst du mein Kumpel, wenn ich zurück nach Berlin ziehe? Ja, ich sage einfach mir, melde dich, wenn du wieder hier bist, dann gehen wir schön ein Trinken oder weiß ich nicht, was Kumpels so machen. Ich habe sonst nicht so viele. Und dann richtig, richtig so in den Sonnenuntergang, im Hopserlauf, wir beide dann hier über die Karl-Marx-Allee oder irgendwie so machen wir das. In diesem Sinne würde ich euch jetzt, möchte ich euch jetzt einen schönen Feierabend wünschen, weil ich muss jetzt ja los zu Saturn. Das habe ich gesagt, zu den großen Elektrofachhändler Spiel kaufen. Was soll denn Alexa heute spielen? Alexa spiele With a Little Help from My Friends von den Beatles.